Mein Name ist Roland Diemey, ich bin der Geschäftsführer der Firma Revcon und wir arbeiten hart an der E-Mobilität, an der Umsetzung der Elektromobilität für die Zukunft. Meine Vorstellung von der Zukunft ist ganz einfach und ganz konkret. Wir werden uns wahrscheinlich davon verabschieden oder sicher davon verabschieden, dass wir Fahrzeuge kaufen, sondern wir werden die Dienstleistung kaufen. Wenn ich von München nach Pasing fahren möchte, dann werde ich mir diese Dienstleistung der paar Kilometer, die werde ich mir kaufen und ich werde vielleicht ein Jahrespackage kaufen, diese Dienstleistung zu erfüllen. Das wird relativ günstig sein, ich werde vielleicht 10.000 Kilometer kaufen und dann habe ich meine Mobilitätsbedürfnisse günstigst erledigt und habe dabei die Natur gespart. Und das versuche ich mit unseren Kunden umzusetzen in Form von E-Mobility-Konzepten für Unternehmen, größere Firmen und Gemeinden. So, konkret ist die Umsetzung einfach so aufgestellt, dass wir den Mitarbeitern von diesen Unternehmen und Gemeinden erst einmal das Potenzial der E-Mobility zeigen, die mal mitnehmen auf den Weg in die Zukunft, damit sie konkret sehen, was für Fahrzeuge gibt es, wo kann man CO2 einsparen und wie kann man denn so eine Kilometerpauschale, eine Dienstleistung überhaupt am Markt auch anbieten, damit für unsere Kunden dabei ein Mehrwert rausschaut und sie in der neuen E-Mobility auch eine Wertschöpfung haben.